schön dass er wieder mit dabei seid in meinem kleinen beschaulichen steinstudio ich grüße euch vor allem auch die die neu auf meinem kanal dabei sind und den auch abonniert haben vielen vielen dank erstmal dafür ja heute geht es weiter mit teil 2 des 80 ucs minifiguren scale ja kampfläufer des imperialen imperiums der imperialen streitkräfte so darth vader und co mein gott kompliziert ja das ist der teil den wir in teil 1 gebaut haben wer nicht gesehen hat da könnt ihr euch noch mal angucken ich verlinke ihn da ja das ist der kopf davon so sieht er aus noch nicht ganz fertig ist fehlen hier vorne die kanonen noch so ein bisschen hier hinten der teil das war ja der halt der kommt oder ist der halt das kommt ja hier noch rein und muss da noch verbunden werden da fehlen mir noch ein paar sachen aber mehr dazu eben in dem ersten teil ja heute mache ich weiter mit dem körper ich wollte den körper jetzt erst bauen und dann machen wir die beine deswegen wir schauen mal wie weit wir mit dem körper kommen ich könnte mir vorstellen der wird ja etwas größer dass allein der körper wahrscheinlich schon aus zwei teilen besteht aber das werden wir alles sehen ich habe mir hier alles vorbereitet hier sind sämtliche kisten ihr seht es da vorne schon alles voll mit baumaterialien hier stehen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht kisten ein paar tellerchen alles was ich habe in tüten sortiert und ja dann würde ich sagen legen wir mal los ihr kennt das spektakel die die neu dabei sind nicht erschrecken ihr sitzt jetzt gleich hier bei mir mit auf der seite und dann geht es weiter und ich zeige euch wirklich möglichst wieder alles in sämtlichen details falls mir irgendwelche fehler auffallen werde ich euch die auch mit geben also ich wünsche euch viel spaß und ja bis gleich dann fangen wir mal an ich zeige euch einmal worum es jetzt geht also wir wollen den body bauen den körper das ist also dieses schöne stück da hinten ich zeige euch mal so ein bisschen was wie gesagt ich gehe nicht die ganze anleitung durch weil möchte nicht dass ich da vielleicht irgendwie ärger kriege oder so weil wie gesagt die muss man sich halt kaufen und ich zeige euch noch mal wie es wieder aussieht hier also das ist eben jetzt das stück körper was ich bauen möchte so sieht das bild aus wenn es fertig ist und ja wir haben halt hier unten die aufnahme für die läufer und hier kommt gehe ich mal davon aus dass das er das müsste die vordere seite sein der kopf dran kommt wir haben die öffnung da an den seiten ja und dann geht das ganze los so sieht das also aus wir haben wirklich hier räume drin also hier oben sitzt ein batteriekasten die elektrik sachen habe ich dort nicht mit bestellt da werde ich ja ich denke mal selbstständig gucken dass ich da irgendwas anderes eingebaut kriege von meinen sachen die ich hier habe weil die elektronik sachen über lego richtig wahrscheinlich sowieso nicht über den chinesischen hersteller und ja über lego brauche ich sie nicht kaufen da sind sie schweine teuer von daher gucke ich mal aber das ist nur der seil winden teil das ist jetzt erst mal ja außen vor da geht es mir nicht wirklich drum und dann gibt es noch beleuchtung die baue ich auch selber ein wir haben hier unten den raum wir haben hier in den raum und da oben noch ein raum mit diesem ganzen das helle das sind alles die sitzstühle für die ganzen ja stormtrooper die man dort einsetzen kann wenn man denn so viele hat in meinem fall ist es natürlich nicht so viele ich habe da nicht ganz so viele von aber ist natürlich ein schönes gimmick da passen einige rein ja und dann geht das ganze auch schon los hier sind wir wieder bei teil eins wie gewohnt da einmal das bild was man braucht und da wie man es baut so wie man es eigentlich auch von den anderen anleitungen kennt ja dann haben wir hier halt so ein stück raus ja das sind eben wie gesagt meine ganzen kisten die ich jetzt sie habe da ist das ganze material drin hier so noch ein paar tellerchen und dann geht das hier so der reihe nach durch da haben wir dann noch einmal den schönsten crawler und die razor crown ja schön ich würde sagen ich starte jetzt schnappen meine ersten teile und lege los bis gleich so dann machen wir mal einen kleinen zwischenstopp hier ich muss noch mal ein bisschen meine finger ausruhen weil hier ist plattenbau 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 angesagt also das ist wirklich das ding das kann ich hier halten und wackeln also das ist schon man sieht hier sind mehrere geschichten plates und wir reden hier von großen plates die flächig aufgenommen werden das ist ja ziemlich anstrengend und ja nicht unbedingt daumen und gelenk schonend aber dafür gibt es eine gute stabilität dann haben wir hier eine schöne fließung und gefällt mir ganz gut also es ist der ganze innenraum wird schön gefließt ich denke mal hier die beiden dunkel grauen platten das wird sitzbereich würde ich jetzt mal tippen ja und ansonsten erst mal ganz cool bisher jetzt fangen wir langsam an hier aufzubauen deswegen habe ich gedacht jetzt mal kurz ein break und ja jetzt zeige ich mal gerade die unterseite denn die unterseite ich habe sie jetzt komplett gebaut ja aber mit verschiedenen steinen oder mit steinen die so nicht sein sollten und zwar sind das einmal diese technik types diese verbinder die man mit den technik pin verbinden kann die habe ich mir jetzt aus einem anderen set was ich nicht brauche erstmal rausgenommen die sind natürlich in so einem silberton ich weiß nur nicht ob ich hier später dran komme ich glaube schon weil das ist ziemlich so halt die unterseite da werde ich wahrscheinlich das noch mal abnehmen können und die austauschen wenn nicht würde mich das jetzt hier in silber auch erstmal nicht stören ich meine das ist ein kompletter stahl koloss da kann so ein bisschen was nicht stören und es ist optisch bricht es das ganze auch so ein bisschen dass man etwas andere farbe drin hat sonst verläuft sich das ganze halt immer in dem ganzen hellgrau und das gleiche hier auch da sind diese achs verbinder sind beziehungsweise ja auch technik das sind ja kreuzachsen her die man hier mit verbinden kann auch diese hier sind eigentlich in hellgrau habe ich nicht da die waren halt auch noch nicht dabei und auch das kann ich später wahrscheinlich noch mal austauschen aber auch das finde ich jetzt optisch erst mal nicht so schlecht ich meine wir sprechen davon dass das der untere teil ist wie gesagt ich weiß noch nicht was hier noch alles dran gebaut wird aber das würde mich jetzt auch optisch erst mal nicht stören so ist die optik auch noch mal so ein bisschen gebrochen man arbeitet ja schließlich auch hier drin mit dem dunkelgrauen und von daher finde ich das nicht ganz so tragisch ja ansonsten habe ich bis jetzt erstmal alles da an teilen also bis zu diesem standpunkt ich gucke halt immer dann in meinen bestandskisten in den gruschtel kisten wenn mir was fehlt so sieht es also aus wir haben jetzt hier schon eine stattliche länge ich kann mal einmal gerade eine messung machen was haben wir denn hier bis zum ende sind wir schon bei 40 cm nun mal schon mal dass man so grob was weiß und hier über die breite in der dicken seite haben wir 14,3 beziehungsweise 14,4 cm ja ich denke da kommt ein bisschen was auf mich zu und ich freue mich schon wie es weitergeht also würde ich sagen bleibt dran und vor allem bleibt gespannt jetzt gucken wir mal was passiert ist viel halt noch nicht wir haben jetzt hier hinten erstmal das heck schon mal mit baurichtungsumkehr stein damit wir hier wahrscheinlich später anbauen können den ich sag mal dann haben wir hier so ein bisschen so ein terminal mit einer fliese da wird eigentlich eine andere bedruckte fliese hin bedruckte fliesen wie gesagt habe ich nicht das ist jetzt eine außer fundus kiste die hatten aufkleber ein bisschen werkzeug hier ist ein hammer hier kommt eigentlich noch ein schraubenschlüssel hin den habe ich auch nicht und auf diese einmal vier schwarze fliese ist eigentlich auch ein druck drauf habe ich jetzt auch erstmal nicht da habe ich auch noch nichts passendes gefunden dann haben wir diesen teil hin das ist ganz cool wir haben hier wirklich eine schiebetür eingebaut die in diesen langen plates hier sich wirklich auf und zu schieben lässt was natürlich richtig cool ist was natürlich von der seite hier noch geiler aussieht aber hier eben auch diese schrägen durchgangsbereich haben sehr cool gemacht jetzt haben wir natürlich nur ein problem und zwar würde auf diese ecke hier würde diese platte kommen wenn ich die natürlich jetzt so drauf machen würde ich drücke es mal ein bisschen fest dann ist die tür nicht mehr schiebbar ist das was wir nicht wollen machen wir es so geht die tür nicht mehr zu sieht kontraproduktiv aus bzw semi gut darum überlege ich mir jetzt etwas anderes und zwar setze ich da einfach diesen hier ein hat aber einen gewissen nachteil ich weiß noch nicht ob das auf dauer gut ist das werde ich dann sehen wenn ich weiter baue ich habe immer ein bisschen vorgespult in der bauanleitung ich habe jetzt keinen nachteil sehen können denn an diese stelle hier oben also auf den und auf dem wo jetzt das loch ist kommen eigentlich diese beiden steine diese beiden technik bricks und zwar so rum da drauf also der würde jetzt hier stehen und der eigentlich da wo er jetzt nicht stehen kann damit er da aber stehen kann und ich den auch jetzt erstmal nicht verliere mache ich dann technik pin rein klipse jetzt erstmal so aneinander ich zeige euch mal warum ich das so mache ein bisschen höher noch hier so wir sehen ja jetzt hier ist eigentlich diese vierer platte da habe ich ja gesagt das machen wir nicht weil dann geht die tür nicht richtig zu oder sie geht gar nicht mehr auf der nächste schritt zeigt uns aber dass wir da die beiden lochsteine hinsetzen das können wir daran sehen einmal ja da oben dass dieser nippel da drin ist und wir halt hier also vielleicht sollte ich mal die kamera drehen kriege das bild da rein wir haben halt diese beiden lochsteine und den einfachen hier der eben da an der stelle dort hinten sitzt ich hoffe ihr seht das mit der mit der maus also das ist jetzt da und da bin ich ja jedenfalls würde dieser stein ja jetzt dementsprechend frei hängen und ja das wollen wir ja nicht weil wir müssen ja irgendwie weiter bauen ich vermute mal hier ist eine kabeldurchführung dann kann ich das auch später noch mal ändern oder aber ich habe glück und komme da mit meinen kabeln die ich habe durch das müsste eventuell klappen gucken wir mal vielleicht kann ich noch später rausnehmen den pin weil wir durch das überbauen vielleicht da eine halterung rein kriegen jedenfalls habe ich jetzt die möglichkeit und kann die tür ganz zu machen und sie immer noch bewegen ganz zu ganz auf ganz zu ganz und so möchte ich das ganz gerne haben ohne dass hier dieser dieser stein im weg ist weil jetzt haben wir halt auf der seite passend passend luft hier sitzt gut das wollte ich nur gerade einmal zeigen die lasse ich halt jetzt weg und würde jetzt sagen ich baue mal weiter und dann gucke ich mal wie weit wir kommen so da bin ich wieder nächste stelle die mir was heißt nächste stelle eine stelle die mich gerade ein bisschen grübeln ließ da gehen wir jetzt gleich darauf ein ich zeige euch aber bis dahin was jetzt erst wieder neues dazugekommen ist für mich ist schon wieder eine ganze weile her seit der letzten aufnahme aber bei den mengen an steinen man muss immer eine zeit lang erst mal suchen aber es macht nach wie vor einfach nur spaß und die qualität der gobricks steine ist super es ist top stabil ja kann ich erstmal nichts negatives sagen ja hier muss sich so ein bisschen tricksen die klammern hier sind eigentlich diese durchgehenden steine also diese einmal 1 bricks mit dieser ja klar oder formel dieser hand daran wie man das auch immer nennt wo man halt was einklemmen kann die hatte ich nicht da bin bei die das wusste ich ja die stand auch auf der liste als nicht lieferbar gewesen da habe ich jetzt einfach einer plates genommen mit der links und habe dementsprechend einmal zwei plate oben und unten drunter und hier auf der seite habe ich das mit einer einmal 1 plate dann gemacht damit ich eben diese steinhöhe komme und die klemme in die mitte gesetzt und fertig und das auf der seite hier genauso und noch geht ja auch ja jetzt das mit der tür ist nach wie vor noch so jetzt noch nicht viel getan hier ist immer noch der lose stein den ich hier festgemacht habe hier sind jetzt sitze daran gekommen ich denke mal dass das die sitze darstellen soll wo man figuren draufsetzen kann würde ich jetzt mal tippen und von daher ja so jetzt kommen wir in einen bereich rein das ist der da hinten und zwar dieser hier es wird jetzt hier angegeben ich soll diese platte hier draufsetzen ihr seht ihr seht ich habe sie jetzt noch nicht ganz drauf gesetzt das hat mir in folgendem grund ich werde jetzt mal einmal wieder ranzoomen hier aber nicht dunkler machen sondern ranzoomen kollege schmisch so so mit mal die anleitung hier verfolgen also sprich es geht jetzt hier um diese platte so dann haben wir jetzt diesen bereich hier steht jetzt auch achtung kopf nacken bevor es weiter geht so den kopf und nacken haben wir ja schon gebaut da kann ich jetzt aber nur sagen baut es so wie ich und lasst den nacken ohne kopf den kann man auch später dran bauen garantiert denn jetzt soll man den nämlich da dran setzen und zwar da in diesem bereich so jetzt sagt mir die anleitung ich soll ja hier die platte drauf machen entschuldigt bitte wenn das jetzt nicht ganz so mit der schärfe und so aber ich denke kann ich euch dann ein bisschen besser zeigen so und dann soll man laut der anleitung da seht das ja den kopf da drauf machen den gibt es so seht irgendwie nicht so aus wie das soll ne das hat einen ganz einfachen grund so soll man ihn ja bauen mit diesen zwei platten so wird es auch beschrieben kann ich euch gerade zeigen und zwar da hier seht ihr es da sind die zwei platten also so ist er gebaut also nicht erschrecken da ist das ende wegen den steinen hier so ja jetzt geht es ja in der anderen anleitung soll man den ja drauf bauen wenn man hier mal oben einmal guckt wird er ja hier angegeben da ist er aber nur mit einer platte angegeben das hier vorne müsst ihr euch jetzt mal wegdenken zwei platten eine platte ist erstmal alles schön und gut aber wieso passt das hier nicht wieso kann ich den hier nicht drauf machen das hat einen ganz einfachen grund und zwar gehen wir mal wieder hier zurück so die wie sie angegeben wird in der anleitung braucht man gar nicht denn die sind beide hier dran der kommt so da drauf weil dann greifen nämlich die beiden steine hier unten sitzen hier in dem hohlraum und dann wird das komplett fixiert dann passen nämlich auch diese vier platten die man in der anleitung sieht passen dann nämlich auch wieder ich zeige es euch gerade nochmal einmal so viel Zeit muss sein weil das hat mich gerade echt ein bisschen Zeit gekostet ihr seht es da ne eins zwei drei vier nur weil diese eine platte hier angegeben wird da dass man die da drauf setzen soll diese hier dann kommt man da durcheinander also wenn ihr an diesem an dieser stelle seid diese platte weglassen und dann geht es direkt damit weiter dann setzt ihr nämlich einfach diesen gebauten hals mit den zwei platten da drauf wie ich es gerade gemacht habe und fertig ja nur mal so als kleiner hinweis das ist so ein bisschen mal wieder oder was heißt mal wieder es ist halt der zweite fehler den ich jetzt in der anleitung gefunden habe und von daher finde ich das nicht so schlimm wenn man ein bisschen überlegt und guckt kriegt man es auch hin aber ich gebe euch nur mal diesen kleinen hinweis mit und ja ich war schon ein stück weiter ich wollte euch das dann nur noch mal zeigen dann kommt nämlich das da drauf hier kommen diese kleinen fliesen drauf eine hier und eine hier guck mal jetzt habt ihr sogar noch ein bisschen live baugahl hier mit bei so und dann baut man den ganzen Schüssel da rein hier bin ich noch drüber und dann ist das eine richtig schöne stabile Konstruktion so so kann man das ganze dann nämlich sieht das ganze dann nämlich aus ja das ist dieser besagte bereich der dann hier drin verschwindet so jetzt setzen wir es aber zusammen ich denke jetzt sollte es jeder verstanden haben was ich meine so drücken wir ordentlich so ich denke mal wenn das jetzt alles noch überbaut wird haben wir hier auf jeden Fall eine schöne Versteifung dass der Kopf da auch dran hält so so ja im Endeffekt haben wir es jetzt erstmal ich würde sagen bis gleich so ja wir haben jetzt jetzt so die untere Etage mehr oder weniger fertig ihr seht ich habe hier auch schon zwei Kabel raus gucken und ja die Lampen habe ich wie gesagt nicht so angeschlossen ja wie der Mocker das gemacht hat er hat es halt mit den großen Lampen von Lego gemacht er hat sie auch aus Lego gebaut und ich mache es mit den mit dem Bricks Max System das ist schöner kleinere Kabel kann man besser verstecken ähm für die Lego Beleuchtung für die die das vielleicht mit der Beleuchtung machen man hat hier diese Transclear einmal 8 Bricks drinne wo man dann die Lampen von hinten einstecken kann man kann sich die dann auch in der Höhe noch nach schräg nach unten stellen ähm bei mir sind jetzt hier Leuchtplatinen drunter mit zwei Dioden drinne immer direkt unter die Decke geklebt so dass die durch diese Bricks durchscheinen ähm ja Kabel dementsprechend verlegt da sieht man das eine Verbindungskabel was dann hier eben hochkommt und ähm ja die andere Lampe sitzt halt da und kommt da hoch also ich hab hier eins zwei und drei Lampen also unter jedem dieser Transclear Bricks ist so eine so ein LED Paneel äh ja angebracht hier haben wir die Rolle für das Abseilen später was hier runter geht die Führung geht hier hinterher ähm dafür gibt es hier dafür sind jetzt diese Bricks das heißt das Seil kann ich auch durch diesen Technik pin das war ja diese besagte Stelle mit dem freischwebenden so dass bei mir halt die Tür noch komplett auf und zu geht ähm kann man also wahrscheinlich so machen weil wenn ich rausfinde zieht man jetzt nämlich hier nur das Seil durch das geht dann hier über diesen ähm über diesen schrägen äh Stein drüber und dann dort oben durch dieses Loch hier und dann hat man so eine schöne Führung für das Seil wenn das hier um die Ecke geht dass das nicht abgeknickt wird ja und dann kommt das eben hier oben raus weil hier glaube ich in dem Bereich kommt so wie ich ähm ausgefunden habe die Elektrik einen kleinen Fehler habe ich aber auch schon wieder gefunden in der Anleitung und zwar baut man dieses Stück Platte hier oben separat und dieses Stück Platte hier separat und diese zwei 2 x 8 die hier drauf sitzen kriege ich gerade mal wieder nicht ab so wir sehen dass wir hier jetzt eine Vertiefung haben mit diesem mit dieser Loch Platte drin ähm wenn man dieses Stück baut diese Steine gehören eigentlich da rein dann passt das hier aber nicht weil wenn ich die jetzt da rein drücken würde dann würde ich das nach unten drücken ja ihr seht es dann ist es halt krumm das kann also nicht sein das heißt da ist ein Baufehler was aber nicht so schlimm ist das werde ich dementsprechend korrigieren ich brauche ja hier auch noch eine Verbindungsplatine die fehlt mir leider im Moment ich habe keine mehr über ich habe davon so viele in der Razorcrest verballert dass ich im Moment keine mehr habe ich muss mir die mal irgendwie noch bestellen die Tage mal dann will ich gucken ob ich die hier reingebaut kriege und diese Verbindung hier ähm werde ich mir so machen dass ich hier einen Hohlraum habe sodass ich die Verbindungsplatine hier einbauen kann vielleicht nehme ich dafür auch die eine Hälfte hier unten nochmal ab und mache hier 2 4er drunter oder 2 2er dass ich hier Platz habe dann kann ich die nämlich schön da drin verstecken die Platine und gehe dann mit einem Kabel dementsprechend hier weiter ich muss auch mal gucken wie das dann von dem restlichen Bau hier oben drüber funktioniert ähm ich zeige euch das jetzt gerade nochmal wieder in der Anleitung dazu zoome ich jetzt mal wieder einmal ran ähm zack vielleicht nicht ganz so groß so ich denke jetzt könnt ihr es sehen ähm hier seht ihr meine meine Maus hoffentlich jetzt hier ähm ähm Das sind diese besagten zwei Steine, die ich euch gerade gezeigt habe, die 2x8, die Plates. Und jetzt zeige ich euch mal gerade hier einmal, wie das gemeint ist. Und zwar baut man ja, ein bisschen scrollen, das ist immer, manchmal wie bei Lego, wie ihr seht, dann immer nur zwei so Teile. So, naja, das ist dieser Stein für die Seilführung, das geht also hier lang durch diesen Loch, pinnen und dann hier, zack, nach oben. Also das sind im Moment so meine Vermutungen. Dann baut man diese Plate mit dem Durchstieg und da seht ihr diese Vertiefung, da ist diese 2x8 Lochplatte drin. Das heißt, wir haben jetzt hier diese Noppen noch frei, eine Plate Tiefe. Das bleibt auch so. So, und dann sieht man ab hier, da sieht man es immer noch, ist diese Vertiefung drin. Und dann kommen da diese 2 Plates. Man sieht jetzt aber schon, dass diese 2 Plates hier anscheinend schweben, weil sonst würde man die ja hier nicht komplett sehen. Und somit hat man da, denke ich mal, einen Baufehler. Oder es soll so schweben. Das heißt, dann würde dann das aber gar nicht, dann liegt das halt nur lose da drauf, dass das eigentlich auf die andere Plate kommt. Wenn man das dann soweit hier hat, hier sind auch diese Lampen nochmal angedeutet. Hier ist die Führung für die Kabel der Lampen. Dann baut man das drauf und dann sieht man, dass das hier auf die andere Plate kommt. Das ist das, was ich euch gerade gezeigt habe. Und dann liegt das hier natürlich dementsprechend in der Luft. Vielleicht soll es auch so sein, weil man da vielleicht die Kabel durchführt, dass das da noch keine Verbindung hat. Das heißt, diese Platte ist hier noch nicht fixiert. Also diese ganze Platte liegt nur auf dem Ständer und auf der Rückwand momentan auf. Das wird sich aber vielleicht auch ergeben, wenn man dann dementsprechend das Ganze zugebaut hat. So, dann kam jetzt der letzte Schluss hier. Und somit sind wir hier bei 100 angekommen. Ab jetzt geht es mit der oberen Etage weiter. Aber ich denke, wir haben vom Video her jetzt auch wieder genug Zeit verbracht. Und ich würde sagen, wir hören damit auf. Ich werde jetzt einmal wieder rauszoomen. Zack, wir wieder auf das Gebaute zeigen. Den mache ich erstmal hier wieder dran. Also das, was ich meine, es liegt jetzt halt hier nicht fest. Da ist der Hohlraum drunter. Aber vielleicht ist es ja auch so gewollt. Wir werden es später noch herausfinden. Ja, in dem Sinne, achso, ich kann das gerade nochmal zeigen. Hier ist das jetzt so stabil, dass ich das sogar hier dran hochheben kann. Also meine andere Hand ist hier. Also das ist schon ziemlich gut durchdacht, das Ganze. Das wird diesen Kopf, der hier vorne dran kommt, locker tragen. Da braucht man keine Angst haben, dass das wegknickt oder so. Ja, ich denke, wir beenden jetzt das Video mit der unteren Etage. Ich hoffe, es hat euch bis hierhin wieder gefallen. Und ja, bleibt gespannt. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein. Und denkt dran, wenn ihr nichts vergessen wollt, lasst ein Abo da, drückt die Glocke. Dann kriegt ihr auf jeden Fall das aktuelle Video wieder mit, wenn ich es hochlade. Und in diesem Sinne sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Ich wünsche euch viel Spaß. Und denkt dran, auch hier ist alles Glocke. Macht's gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao. 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 Ciao.